Die Geschenke, die er erwartet hat, soll ich jetzt nicht mehr kennen. Also sie sind auch Geschenke von allen Menschen und diese ganze Anbreite von allen Menschen und die man dann auch irgendwie auch auf das Wissen von Existenz anliegt. Zum Beispiel haben wir eine Rolle, ich denke, das Konzept ist, die wir dann vorerst in Zeitung als Schnellinstrument in unserer Datei aufgenommen haben. Meine Mutter hat auch gesagt, wir haben ja noch zwei Schalte, das ist auch ein Schalmeer, das ist auch eine Menge, die wir dann auch in der Datei stehen. Ich meine, das ist schon, wenn ich das Ganze messen würde, das war eigentlich an zwei Stunden, Das ist die Krüche. 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 Das ist die Krüche.